Die nächste Nachtschicht an. Es gibt Urlaubsorte auf der Welt, da will man sofort wieder weg. Oder aber für immer bleiben. So einer ist das hier. Früher mal ein Fischerdorf, heute der größte Rummelplatz auf Erden. Und Heimat für tausende Deutsche, die sich abgemeldet haben vom grauen Alltag zu Hause. Sie leben jetzt in Pattaya. Es gibt keinen Platz in der Welt, wo so viele Nationalitäten aufeinandertreffen und es so wenig Probleme gibt. Besonders Senioren haben den thailändischen Badeort in ihr Herz geschlossen. Ich war schon viermal verheiratet mit einer schönen Thai. Eine ist verstorben und die anderen waren auf einmal nicht mehr da. Täglich Sommer, täglich Remi Demi. Für Glücksritter der ideale Lebensmittelpunkt. Das Hauptsächliche, weil mich am Thailand an Pattaya reizt, hier ist Geld, hier kann man Geld verdienen. Und deswegen bin ich hier. Doch die meisten der rund 10.000 Deutschen in Pattaya, männlich, ledig, alt, leben von ihrer Rente, bleiben am liebsten unter sich und pflegen deutsche Gemütlichkeit. So, jetzt muss ich mich erstmal hinsetzen. Wenn du den ganzen Tag liegst, dann bist du im Frühjahr, wenn du mal sitzt. Ein paar Seitenstraßen entfernt von Go-Go-Bars und Anmachläden trifft sich die deutsche Kolonie. Hier in Little Germany regiert Thorsten Göbel. Alle nennen ihn nur Torti. 2004 kam er nach Thailand und blieb einfach hier. Ohne Arbeitserlaubnis. Seine Geschäfte, einen Motorradverleih und ein Massagesalon lässt Torti von Einheimischen managen. Er selbst zieht Strippen und lässt sich blicken. Abend für Abend ist was los vor Tortis Läden. Alle Stammgäste. Alle, die da sitzen. Im Durchschnittsalter kann man sagen, es ist auch über 60 meistens. Und die brauchen keine laute Musik, die brauchen keine Anmache von irgendwelchen Frauen oder Lady-Trinks. Und dann kommen sie eben zu mir, können sie in Ruhe trinken. Hier trifft sich die halbe Nachbarschaft. Urlaubsgäste und Residents, wie sich die Ausgewanderten auf Neudeutsch nennen. Wer sich nach einer Ehe mit einer Thai-Frau sehnt, sich aber nicht allein ins ferne Asien traut, um den kümmert sich Dieter Horei, Heiratsvermittler aus Überzeugung. Die deutsche Frau geht dann eher in die Gleichberechtigungsschiene. Und die Thailänderin, die umsorgt den Mann. Und die umsorgt auch, sagen wir mal, den älteren Mann. Altersunterschiede, die vielleicht in Deutschland unnormal wären. Ich sage mal, ein 60-jähriger Mann, der möchte natürlich keine 60-jährige Thai-Frau heiraten. Die haben wir auch gar nicht in der Vermittlung. Ein paar tausend Euro kostet eine Ehe. Sprachkursus und Flüge für die künftige Gattin inklusive. Viel Geld. Doch dafür verspricht Dieter, dass jeder Kunde was Passendes findet. Die habe ich gestern Abend kennengelernt. Und sie arbeitet in einem Büro, ist 37 Jahre alt und ledig keine Kinder. Sieht man noch das zweite Bild hier? Hier, ja. Und die Frauen stellen sich bei mir natürlich auch vor, weil sie wissen, dass wir das seit 20 Jahren machen und dass vielleicht viele Freundinnen von ihnen schon durch uns verheiratet sind. Hier kennt jeder jeden und macht für sich Reklame. Eheanbahner, Kneipier, Motorradverleiher. Man versteht sich, weil alle die gleiche Sprache sprechen und profitiert von Tortis Kontakten. Die reichen bis ganz oben. Das sind zwei nette Polizisten, die wir so kennen. Die kommen auch mal ein Feierabendbier trinken. Aber erst nach Feierabend. Nach Feierabend. Da wundern sich nur die Neuen in Tortis Runde. Ein thailändischer Uniformierter, der fast akzentfrei Deutsch spricht. Wie das? Nein, ich bin hundertprozentig Thai und auch in Thailand geboren. Ich bin mit 15 in Bassansufe und zur Schule gegangen. Und in das Buchhotel Blomberg habe ich meine Ausbildung gemacht. Und danach in Bielefeld in eine Veranstaltung GmbH, Braunberger Parkveranstaltung GmbH. Ich glaube, 18 Jahre lang habe ich dort gearbeitet. Patayas Touristenpolizisten schätzen Tortis ruhige Runde. Ein paar Kilometer weiter müssen sie schon mal für Ordnung sorgen. In der Walking Street, dem Epizentrum. Hierhin strömen die Vergnügungshungrigen zuallererst. Zum Sündenpfuhl aus Go-Go-Bars und jungen Mädchen. Dem Spielplatz für Erwachsene. Wer schon länger in Pataya lebt, schaut nur hin und wieder mal vorbei. Aber wenn, dann lieber ohne Ehefrau. So wie Frank Wagner, seit zwei Jahren mit einer Thailänderin verheiratet. Wenn mal irgendwelche Anlässlichkeiten sind, gerne. Manchmal gehe ich auch, wenn ich eine in den Socken habe, dann fahre ich auch noch mal hier rum. Dann bin ich meistens um fünf Uhr zu Hause und bin Ärger mit der Alten. Wieso? Ja, weil die nicht so einen Bock drauf hat, dass ich halt in der Logo-Bars durchspiele. Aber egal, da muss ich dann durch. 51 Jahre alt ist Frank Wagner jetzt. Hat viel Mist gebaut in seinem Leben. Und ist inzwischen sicher, Pataya hat ihn zum guten Menschen werden lassen. Ausgerechnet Pataya. Ich habe zweimal im Gefängnis gesessen, wegen dem internationalen Drogenschmuggel. Einmal mit über 100 Kilo Marihuana oder Haschis nach Japan. Habe ich in Japan gesessen, im Knast. Und einmal in Belgien. Und dafür haben sie mich dann in Deutschland eingesperrt. Da ging es um 52 Kilo Kokain. Also wenn du so ein bisschen kleinere Gliedmassen hast, ob Mann, ob Frau. Hier wird Dreck gespritzt, Botox vom Allerfeinsten. Ohne Rezept und ohne alles. Okay. Und was kostet der Spaß? Keine Ahnung, ich denke mal 200 Bart, 300 Bart. Ich will jetzt auch nicht unbedingt fragen. 200 Bart. Rund 5 Euro für einmal dicke Lippe. Frank hat anderes vor. Endlich mal wieder abtauchen ins bunte, längst schon nicht mehr billige Nachtleben. Ohne Kamerabegleitung. Ohne Kamerabegleitung. Frank hätte nichts dagegen. Aber die Regeln, auch was das Filmen betrifft, sind strenger geworden, seit das Militär regiert. Kontrolliert wird alles und überall. Zum Beispiel ohne Helm oder Führerschein Moped fahren. Früher selten ein Problem, kann jetzt teuer werden. Normalerweise bräuchte man internationalen Führerschein. Es kann aber sein, dass ein oder der andere Polizist sagen, okay, komm, du hast das, hast schon mal da mitgefahren. Bei uns hier in Thailand, das System besagt, zum Beispiel, ohne Führerschein, bis 1000 Bart. Bis 1000 Bart. Ganz ohne Schuld. So, das hängt aber davon ab, wie viel der Polizist an der Polizeipräsidium dann verlangt. 1000 Bart, immerhin an die 30 Euro. Aber ob die Strafe fällig wird und wie hoch sie dann ausfällt, das entscheiden letztlich die Beamten vor Ort. So wie früher. Mitternacht. Die netten Polizisten rücken ab. Und Torti hat seinen Gästen mal wieder gezeigt, wie gut er vernetzt ist. Morgens um sieben lässt Pattaya viel von seinem ursprünglichen Charme spüren. Noch nicht viel los. Die Stadt schläft ihren Kater aus. Das hätte Thorsten Göbel vor Jahren auch getan. Geht nicht mehr. Torti muss sich um seinen Sohn kümmern. Der heißt Mark, ist drei Jahre alt und Papas ganzer Stolz. Marks Mutter, eine Thailänderin, war irgendwann nicht mehr da. Was guckst du hier? Kann ich ein Mädchen machen? Ja, das ist schön. Du musst gleich um die Schule weg. Wann wirst du denn heute aufgestanden? Wann wirst du denn heute aufgestanden? Um sieben, halb sieben, das ist eigentlich zu früh für mich. Um zehn Uhr ist es okay. Es ist doch gar nicht ganz zu spät. Aber die tust du schon mal bis um eins oder bis um zwei. Und da kannst du dann schlecht um acht Uhr aufstehen und das Kind fertig machen für die Schule. Dafür habe ich dann meine Kinderfrau. Wo Mama steckt, weiß Torti selbst nicht so genau. Wollen wir jetzt arbeiten? Ja, das kann ich jetzt vor allem nicht so machen. Drei feste Beziehungen hatte Thorsten schon in Thailand. Funktioniert hat keine. Jetzt ist er alleinerziehend. Mit Kindermädchen. Ja, das ist die Ming. Wo die dann mitgekriegt hat, dass meine Frau weg war, brauchte ich ja jemanden, der auf mein Kind aufpasst. Und dann hat sie sich angeboten. Dann haben wir das probiert. Klappt wunderbar. Die sitzt mit ihr in einem Brudelkasten, spielt und essen klappt alles. Duschen, Zähne putzen. Ja, also funktioniert alles super. Und mein Sohn kommt natürlich mit ihr auch klar. Das ist ja auch sehr wichtig. Ja, hier wohnt es seit zwölf Jahren. Hier ist im Prinzip für meinen Sohn der Spielbereich. Hier schläft das Kind mit der Nanny. Der hat extra kein Bett, weil der ist immer ein bisschen in Bewegung. Dann ist der mal runtergefallen. Ja, ich bin eigentlich zufrieden hier. Drei Zimmer, drei Bäder. Bezahlen tue ich so 18.000. Das sind so 450, 460 Euro. Hier kann ich sehen, was in der Massage und dem Mopedverleih passiert, wenn ich nicht da bin. Es ist schon interessant, wenn man manchmal sieht, der kommt und der kommt. Man sieht, was im Laden los ist, wenn man nicht da ist. Also das ist schon nicht verkehrt, wenn man das hat. Ja, hier ist im Prinzip mein Fernsehbildschirm. Hier haben wir im Prinzip deutsches Fernsehen. Du kannst 14 Tage, kann man hier zurückgehen. Du kannst jede Uhrzeit hier einstellen. Du kluckst die zwei mal an. Das sind ungefähr 25 Euro im Monat. Aber das muss man sich schon gönnen. Ja, schönes Wetter haben wir heute auch, Regen. Ich sage mal, ich bereue es nicht, dass ich den Schritt gegangen bin. Ich bin jetzt 12 Jahre durchgehend in Thailand. Und dadurch, dass meine Freunde mich regelmäßig besuchen, mein Bruder kommt, Eltern habe ich nicht mehr. Also Heimweh, nee, eigentlich nicht, gar nicht. Kurz vor acht. Der Schulbus holt Kleinmark ab. Bis zum Nachmittag ist Torti von seinen Vaterpflichten entbunden. Ja, das geht rucki zucki hier, ne? Schweden, Holländer, Franzosen. Tortis Nachbarschaft ist international. Vor kurzem ist ein Schweizer zugezogen. Jetzt gehen wir zu Roman. Mein neuer Nachbar im Geschäft und im Haus. Der hat eine kleine Bierkneipe neben mir übernommen. Ja, und dann wollte er auch vernünftig wohnen. Dann hat er sich das hier angeguckt. Und dann hat er sich hier auch ein Haus genommen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe schönes Wetter mitgebracht. Oh, wunderschön. Willst du nicht mehr mitkommen? Ich würde mal kurz einkaufen. Ja, weil ich wollte heute das erste Mal kochen. Oh, heute gibt es Frikadellen. Richtig, ja. Gut. Dann sagen die Schweizer kochen zu. Das sind Frikadellen. Aber erstmal gehen wir eine Runde schwimmen. Auf jeden Fall. Ich brauche kurz mein Wadetuch. Ja, okay, du. So, jetzt kommt der Torte. Er macht eine Mieze-Katze. Gott sei Dank habe ich in der Schule nicht richtig aufgepasst. Ich habe mir vor, hättest du jetzt in der Schule aufgepasst, hättest du irgendeinen Bürojob. Müsstest arbeiten. Roman Vörkel aus Zürich träumt den Traum vieler Neuankömmlinge. Leben im Warmen und es beim Geldverdienen gemächlich angehen lassen. So wie Torti es vormacht. Früher war Roman Automechaniker. Dann Angestellter einer Telefongesellschaft. Jetzt also soll eine Kneipe Gewinn abwerfen. Ich habe nie was mit Basterogne zu tun gehabt. Ich wollte aber schon immer mal was Eigenes machen. Und ich habe noch einen anderen Freund hier. Der hat mir die Bar eigentlich so vermittelt. Ich bin aber Gott und froh, bin ich neben dem Torti gelandet. Er hat mir schon sehr viel geholfen. Also Millionär wusste ich ja nicht. Wenn du ein bisschen Glück hast, kannst du gut von leben. Wenn du Pech hast, bist du im Jahr, im Jahr wieder nach Hause. Kannst du nach Hause fliegen im Jahr. Aber ja, kommt immer drauf an. Also wie gesagt, wenn jetzt einer denkt, er macht hier die Millionen, dann ist er natürlich verkehrt. Im Schmelztiegel Pattaya vermischen sich alle Kulturen. Doch chinesische Urlauber fühlen sich offenbar nur unter ihresgleichen wohl. Die Reisegruppe verlassen, bloß nicht. Ein anderes Problem haben russische Touristen. Der Rubel im Keller, ihr Strand halb leer. Nur wenige können sich Pattaya noch leisten. Dass die Russen wegbleiben, bekommt Pattaya zu spüren. Der Bauboom ist zwar ungebrochen, doch viele Apartments, die sie hier Kondos nennen, stehen leer. Martin Baumgartner hat sich vor langer Zeit ein solches Kondo gekauft. Finanziert von seiner Firma, für die er im Außendienst tätig ist. Ich bin seit 1997 hier beruflich tätig in Thailand. Ich bin Geschäftsführer von einer Automobilzulieferfirma. Bin dann eben hier runter, hab dann meine sechs Monate gemacht, hab dann verlängert und jetzt sind wir bei 18 Jahren. Sein Arbeitgeber ist froh, dass einer vor Ort ist, der Sprache und Mentalität der Asiaten versteht. Und sich auskennt in Thailand. Das gehört an einen arabischen Scheich. Der hat sich das vor Jahren gekauft. Und die interessante Geschichte dran ist, der ist eigentlich nur einmal im Jahr hier, für eine Woche. Ganz oben, da diese Kuppe, die so aussieht wie eine Moschee, mit einem privaten Fahrstuhl rauf. Das heißt, der hat seinen eigenen Lift rauf, die nur vom Erdgeschoss bis zu seiner Wohnung geht. Doch reiche Scheichs sind eher die Ausnahme am Strand der einfachen Leute. Allerdings, so billig wie früher, ist Thailand längst nicht mehr. Der Markt hier im Moment ist eher schwierig. Angebot und Nachfrage. Zu viel gebaut, zu wenig Leute, die kaufen wollen. Darum sind auch die Preise im Moment so um 15 bis 20 Prozent nach unten gegangen. In den letzten zwei Jahre, oder eineinhalb Jahre. Und man weiß nicht, wie sich das weiterentwickeln wird. Manager Baumgartner muss sich keine Sorgen machen. Er verdient gut. Und sollte das mal nicht der Fall sein, hat er ja noch sein Apartment. Zurück nach Österreich? Er kann es sich nicht vorstellen. Wer einmal Fuß gefasst hat in Pattaya, den haut so leicht nichts um. Gastwirt Peter Wolfram zum Beispiel musste sein altes Lokal Anton schließen. Also macht er einfach einen neuen Anton auf. Wie immer hier, einer muss nur mit dem Telefon spielen, zwei schauen zu und einer arbeitet. Das ist ja ganz normal. Aber wenn man dann sieht, was sowas kostet, so ein Zaun für 750 Euro, da kann man ja nun wirklich nicht meckern. Wozu überhaupt ein Zaun? Ich habe ja viele Familien, von meinem alten Laden her noch, die kommen hier. Ich habe selber eine Tochter, die ist dreieinhalb Jahre. Die Kinder schauen nicht, sie rennen hier auf die Straße und hier ist kein Bürgersteig. Es ist für alles Platz, für die Mobils, für die Autos, aber für die Fußgänger ist kein Platz. Mit dem ehemaligen Lokal lässt sich der neue Anton nicht vergleichen. Viel kleiner, schwer zu finden. Aber Peter musste sich anpassen an steigende Preise. Eins hat sich nicht verändert. Thailändische Handwerker wollen Bargeld sehen. Jetzt habe ich den Rest dann bezahlt, bin jetzt fertig damit. Aber du weißt nie, kommen sie auch wirklich dann. Aber toll, toll, toll. Bisher habe ich immer anbezahlt und habe immer meine Leisten bekommen. Weil wenn ich dann versuchen würde, von denen das Geld zurückzubekommen, das wäre ich absolut chancenlos. Auch er sei chancenlos gewesen, erzählt Peter. Ständig habe der Besitzer die Miete erhöht, bis es Wolfram reichte. Aber aufgeben, zurück in die westfälische Heimat? Das konnte sich der Gastwirt nach 16 Jahren im Tollhaus Pataia nicht vorstellen. Peter, 59 Jahre alt, zog um in eine Nebenstraße und fing ganz klein von vorne an. Früher hatte ich ja morgens schon auf, da war ich an einer stark befahrenen Straße. Aber jetzt geht es erst abends los. Jetzt ist ja mein Koch da, der fängt jetzt an vorzubereiten. Da macht er die Kartoffelklöße. Antons Kartoffelklöße sind ganz wichtig, müssen gehen da auf ein Buffet. Hier ist die europäische Küche, hier ist die Thai-Küche. Da wird das Thai-Essen gemacht. Das ist ein Teil mit den großen Walks. Ich habe gedacht, nach weitestimem Wink mit dem Zaunpfahl, dass es Zeit wird aufzuhören. Weil die Miete immer höher wurde von 20.000 Watt, also von 400, 500 Euro im Monat, auf 4.500 Euro. Ungefähr 10 Prozent an Miete habe ich jetzt noch zu bezahlen. Und wir gleich zuvor, ja. So, wenn ich dann zumachen müsste, was ja immer durchsagen kann, wäre doch für mich das hier vollkommen egal. Dann würde ich den Laden wieder zumachen. So viel investieren musste ich hier nicht. Ich hatte alles noch. Das Risiko für mich ist äußerst gering. Auswanderer Peter Wolfram hat vorgesorgt. Ihm gehören zwei Apartments. Die hat er an Rentner aus Deutschland vermietet. Und den Umbau eines Tuktuks zum Privatmobil mit Werbebanner konnte er sich auch noch leisten. Hier ist der Anton früher gewesen. Jetzt der Kiesfutter in Dring, der hat mir den Mietvertrag gekündigt, weil er selber woanders gekündigt worden ist. Er musste dann seinen Standort wieder zurückhaben. Aber Anton kennt hier immer noch jeder. Auf dem Rücksitz von Peters Reklame-Tuk-Tuk schläft Jenny, seine Tochter. So hätte sich manch älterer Herr aus Deutschland seine Zukunft eigentlich nicht vorgestellt. Junge, meist sehr junge Frau kennengelernt, Vater geworden, dann von der Frau verlassen und plötzlich in Verantwortung. Vorbei das Lotterleben mit viel zu jungen Partnerinnen. Ich gehöre da natürlich genauso dazu wie viele andere Deutsche hier. Wenn man hier lebt und man ist immer mit jungen Menschen zusammen, dann habe ich halt ein junges Mädchen kennengelernt. Gleich bei der ersten Begegnung ist sie schwanger geworden, muss ich ja wirklich sagen. Und da war ich wieder Vater. Und das war auch in Ordnung. Ich freue mich riesig darüber. Das ist nicht lange gut gegangen. Sie hat sich dann doch ganz schnell wieder für einen jungen Thai-Boy entschieden, was ja auch verständlich ist. Wir verstehen uns gut. Sie kann kommen jederzeit. Wenn sie Geld braucht, gebe ich ihr auch Geld. Sie passt das Kind auf, wenn sie Lust hat. Wenn nicht, passt sie nicht auf. Es klappt ganz gut. Wir haben heute alles bestellt und ich habe leider vergessen, Garnelen zu bestellen. Weil die Leute wollen auf dem Befehl heute Makaronen mit Garnelen. Dann hole ich schnell noch zwei Kilo, kein Problem. In Deutschland können sie mir alle gar nicht vorstellen. Da wäre man wahrscheinlich gleich ein böser Vater. Schleppt das Kind da schlafen durch die Gegend. Aber hier guckt da keiner hin und da macht sich da Gedanken. Das ist ja ganz normal. Normal in Peters Gastronomenleben ist und bleibt der Einkauf auf dem Markt. Heute mal mit Tochter Jenny. Dreieinhalb Jahre alt und sowas von müde. Peter könnte auch im Großmarkt einkaufen. Alles steril verpackt und abgewogen. Aber hier, sagt er, könne er sich auf Qualität und Frische verlassen. Diese Garnelen sind jetzt nicht so groß und sind kleine. Aber für Macaroni, Garnelen, Sahnesoße sind sie groß genug. Ich habe noch niemals schlechte Ware gehabt. Das wird wirklich frisch geliefert. Liegt auf Eis hier und geht sofort weg. Die ist auch nicht billig auf dem Markt unbedingt. Wie in einem Kaufhaus oder in diesen großen Tesco-Märkten oder Bixi-Märkten. Das kann man nicht sagen. Weil es hier auch richtig frisch ist. Auch das Fleisch ist frischer. 14 Uhr ist es jetzt. Im alten Lokal Anton war früher schon viel los um diese Zeit. Jetzt öffnet Peter seinen Laden erst in einer Stunde. Auch Frank Wagner, gestern noch auf der Walking Street unterwegs, nimmt seine Vaterrolle ernst. Seit gut zwei Jahren lebt Frank, den sie hier Lohi nennen, in Pattaya. Hier hat er zum ersten Mal eine Familie gefunden. Das ist der Leo, mein Stiefsohn. Das ist die Eho, meine Frau. Und wir leben und arbeiten unter einem Dach hier zusammen. Also wir machen Papiere für Thailand, alles was Ausländer benötigen. Plus Führerscheine. Das kann man sich so vorstellen. Man kann die umschreien lassen oder auch neu machen hier. Man braucht in Thailand wie in jedem anderen Land auch einen Führerschein. Der Kleine gehört halt zu ihr. Ist auch ein ganz netter Mensch, ganz lieber Junge. Und ich hab den in den anderthalb Jahren jetzt richtig ins Herz geschlossen. Also ich fühl wie mein eigener Sohn für ihn. Ich hab vor, hier in Pattaya zu bleiben. Und Pattaya reizt mich deshalb, weil so viele verschiedene Nationen hier ist. Und das Hauptsächliche, weil mich am Thailand an Pattaya reizt, hier ist Geld. Hier kann man Geld verdienen. Und deswegen bin ich hier. Also das ist das Büro, wo wir hier arbeiten. Wo demnächst auch noch viel Geld gemacht wird, wo ich mir relativ sicher bin. Und ich führe euch einfach mal hier durch so jetzt. Das ist mehr jetzt wie die Thais leben halt. Weil ich bin hier zugezogen. Und sieht halt so aus. Ja, hier ist Küche halt, was man so Küche nennen kann. So, und hier geht's jetzt zum Wohnbereich halt. Hier halten wir uns dann abends auf, wenn alles vorbei ist. Wenn wir da Geld gezählt haben und Kasse gemacht haben halt. Ich bin ja ins gemachte Nest gezogen. Nur dieses Zimmer haben wir dann halt renoviert. Den Wohnbereich haben wir uns dann ein bisschen schöner gemacht halt. So, hier schläft die Ehe und ich. Da schläft der Kleine. Der fühlt sich da richtig wohl in seinem Zelt. Ist übrigens aus Deutschland das Zelt. 1795 bei Aldi. Und hier ist der Balkon, wo die Nacht eigentlich nie endet. So, die Elektrik ist, wie man sie in den dritten Weltländern kennt. Da sollte man deutscher Elektriker dran gehen nochmal. Spartanisch das Zimmer und vorm Balkon ein Kabelgewirr. Doch Lurchi fühlt sich wohl. Jedenfalls wohler als in Deutschland, sagt er. Hier ist alles viel einfacher. Hier stehst du auf morgens und wenn du da nicht pünktlich bist, sag keiner was. Ist egal, dann ist es ein bisschen später. Und wenn es heute nicht geht, dann geht es halt morgen. Die ganze Alltagshäkse in Deutschland. Warum sind so viele deutsche Leute krank? Warum sitzen die morgens im Bus mit der Plappe so runter? Weil die ihre Alltagsprobleme im Kopf haben. Vielleicht haben sie 2000 Euro bei der Bank schulden. Und der Sparkassenleiter hat gesagt, Frau Müller, wenn wir jetzt nicht bezahlen, aber dann. Und da machen die sich gedorgen. Die haben gar kein freies Gedenkvermögen mehr. Und das findest du hier wieder. Und ich kann jedem nur raten, wenn ihr das könnt, verpisst euch aus Deutschland. Beruflich will Frank Wagner noch einmal durchstarten. Das Büro im Erdgeschoss teilt er sich mit zwei deutschen Bauunternehmern. Die kommen aus Hamburg, sind Brüder und haben vor mehr als zehn Jahren in Pattaya eine Firma gegründet. Oh, Gerrit. Alles klar? Oh, Dicker. Wie ist es? Gerrit und Maik Köhler haben sich im örtlichen Nachtleben einen Namen gemacht. Die Brüder kennen sich bestens aus mit Go-Go-Bars. Die modernisieren sie oder planen und bauen neue. Mit thailändischen Arbeitern. Und mit deutscher Gründlichkeit. Der deutsche Handwerker ist ein gründlicher, ein sauberer Handwerker. Und das lieben die Thais. Und auch die anderen Europäer, die hier wohnen und was unsere Auftraggeber sind. Und ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Aber deutsche Gründlichkeit hilft nicht in allen Lebenslagen. Im Notfall müssen sich Auswanderer bis zu diesem Büro in Pattayas Altstadt durchfragen. Hier hilft Honorarkonsul Rudolf Hofer deutschen und österreichischen Auswanderern seit 16 Jahren aus der Bredouille. Bescheinigt Rentnern, dass sie noch am Leben sind. Wie sieht hier der diplomatische Alltag aus? 80% Büroarbeit, sowas wie das jetzt hier, dass eben die Pensionsversicherung den Beweis haben will, dass derjenige am Leben ist. Und im Regelfall ist das einmal im Jahr, dass Auslandsdeutsche, Österreicher oder wie dem Fall, der Mann kommt aus Holland, eine Lebensbescheinigung haben wollen. Und das stellen wir unangeltlich eben auch aus für Holländer, Franzosen und Belgier. Darauf haben wir uns geeinigt. Und das ist eine Sache von zwei Minuten und für uns eine kleine, unbürokratische Sache. So, das war's. Okay, danke sehr. Bitte sehr. Einen schönen Tag. Ihnen auch. Danke. Wir beobachten wirklich einen Trend dahingehend, dass die Leute mit ihren Renten in Deutschland eben schlechterler klarkommen. Und der Lebensstandard hier in, sagen wir mal, nehmen wir mal eine Summe von 1000 mit 1000 Euro Rente, lässt sich hier eigentlich ganz gut leben, wenn nichts passiert. Aber wer keine finanzielle Rücklagen hat oder keine Einnahmen oder keine regelmäßigen Einnahmen und hier in Schieflage kommt, hat ein großes Problem. Und das ist meist eins, das sich nicht am Schreibtisch lösen lässt. Dann chauffiert der Konsul seine Diplomatenlimousine dorthin, wo wieder mal ein deutscher Staatsbürger in der Klemme steckt. Wir fahren jetzt auf die Polizeistation mit anschließend einem Gefängnis, die haben ein eigenes Gefängnis, und besuchen einen deutschen Staatsbürger, mit dem wir sehr große Schwierigkeiten haben. Die Schwierigkeiten sind legaler Natur, das heißt, sein Visum ist um jahrelang abgelaufen und er ist jetzt illegal im Land. Und dazu kommt noch, er ist schwer erkrankt und jetzt wollen wir versehen, dass wir ihn so schnell wie möglich nach Deutschland bekommen. Und das ist noch lange nicht in trockenen Tüchern, weil er hat auch keine gültigen Reisedokumente mehr. Das heißt, es muss ein vorläufiger Reisepass ausgestellt werden. Wir müssen sehen, dass wir die Finanzierung des Tickets hinbekommen und auch, dass die Strafe für den OVASD, sprich also für den illegalen Aufenthalt, bezahlt wird. Und dann noch den Transport nach Bangkok. Im Hof dieses Polizeigebäudes sitzt der schwerkranke Mann seit Tagen in Untersuchungshaft. Um ihn zu sprechen, braucht Hofer eine Besuchserlaubnis. Nur ein paar Kilometer entfernt, im Gemeinschaftsbüro von Lebenskünstler Frank Wagner und den Bauunternehmern Köhler, gibt's auch einen Notfall. Einen kleinen. Wir müssen in die Walking Street. Wir haben da eine Bar und da muss unbedingt das Edelstall aufpoliert werden. Und die Jungs kommen nicht rein, da sie keinen Schlüssel haben. Und da fahren wir jetzt gemeinsam hin, würde ich sagen. Fast jeder Deutsche, der in Pattaya lebt, hat eine thailändische Partnerin. Und ein Moped. Gerrit und seine Ehefrau rollen seit Jahren gemeinsam durchs Leben, haben drei Kinder und trotzdem ein grundsätzliches Problem. Die thailändischen Frauen, die sind eigentlich schwer oder gar nicht zu verstehen. Und man sollte das auch nicht versuchen, sie zu verstehen. Eben halt weise anders denken. Sie sind sehr lieb, sehr häuslich, sehr anschmiegsam, aber auch sehr, sehr eifersüchtig. Und da Pattaya ja eine Stadt ist, wo viel Nachtleben auch ist, kann das da öfter mal Probleme geben, wenn man mal mit einem Kollegen oder mit zwei Kollegen ein Bierchen trinken geht. Und das kann auch dann mal passieren, dass dein Frauchen mitten mal hinter dir steht, wenn du an der Bar sitzt. Also solche Sachen haben wir auch schon erlebt. Tagsüber ist das Eifersuchtsrisiko gering. Auf der Partymeile Walking Street beginnt das Anbaggern erst, wenn die Fassadenlichter leuchten. Jetzt schauen wir da mal, wo die Jungs sind. Ah, hallo! Das ist der Peppermint Club oder Peppermint Agogo. Den haben wir auch den Innenausbau gemacht. Der wurde halt schon einige Male umgebaut. Und das Glück haben wir, dass wir das machen dürfen. Hier werden jetzt die Stahlarbeiten, die wir damals gemacht haben, die werden jetzt aufpoliert. Solche Sachen, die werden halt wegpoliert und dann ist das nachher alles wieder schön sauber und glänzt. Wie lange schon spricht Gerrit Thai? Bevor ich vor 16 Jahren nach Thailand gekommen bin, war der erste Weg zur Schule. Dann bin ich drei Jahre lang in die Schule gegangen und den Rest, den schnapp man halt auf. Ja, wie sagt man, learning by doing. Das war's auch schon. Keine große Sache. Aber Grundlage für den Erfolg der Firma, Zuverlässigkeit. So, weiter geht's. Ein Ruckzuck-Einsatz unter freiem Himmel. Ganz anders als der von Rudolf Hofer. Der muss lange warten, bis er den deutschen Häftling sehen darf. Jetzt sind wir praktisch im Hintergrund von dem Gebäude, wo die Gefängniszellen sind. Er ist jetzt hier seit vier Tagen. Ich habe für den Deutschen hier einen Antrag auf Hilfe vom Deutschen Hilfsverein, weil wir als Botschaft oder Konsulat haben, keine finanziellen Mittel, um den Rückflug zu finanzieren. Er rechnet nicht mit meinem Besuch, weil wir dachten, er ist schon längst in Bangkok. Aber das hat sich um Tage verzögert und deswegen ist er noch hier. Insgesamt vier Deutsche verbüßen in Pattaya ihre zum Teil sehr langen Haftstrafen. Dieser Fall hier ist vergleichsweise harmlos. Der schwer erkrankte Deutsche lebt seit Jahren ohne Visum in Thailand. Sie können gehen? Ja. Keine Probleme? Gut. Ja, also Sie können aber selbstständig gehen? Ja. Gut. Kann ich Ihnen Geld geben lassen? Geht das? Ja. Dann können Sie was kaufen, die Lebensmittel? Gerne. Gerne. Ich muss Ihnen sagen, ich wünsche Ihnen alles Gute und gute Besserung. Ja, hoffentlich nicht bis zum Besten Mal. Hoffentlich nicht bis zum Besten Mal. Wird schon werden. Und wie gesagt, in Bangkok und Kollegen kommen Sie besuchen. Ja? Ja. Alles klar, nichts zu danken. Wiedersehen, ja? Tschüss. Endstation Pattaya. Krank zu werden, kein Geld mehr haben, schlimm genug. Das Schlimmste ist, im Knast zu landen. Die Gefängnisse sind nun mal für Thais gebaut. Und das heißt also definitiv keine Einzelzellen, sondern dass eben viele Menschen in einem Baum sind und sich eine Toilette teilen müssen. Das Essen ist asiatisch, das heißt also sprich thailändisch. Und wer einen schwachen Magen hat, hat definitiv ein Problem. Man sollte schon von einer robusten Natur aus sein. Er macht auf mich einen Eindruck eigentlich besser, als ich befürchtet hatte. Bei den Umständen entsprechend, würde ich mal sagen, ist es noch ganz passabel. Und ich glaube auch, dass er flugfähig ist. Und wenn er in den nächsten Tagen nach Deutschland kommt, hat er, glaube ich, gute Chancen, erfolgreich behandelt zu werden. Wie viele Einwohner Pattaya hat, lässt sich nur ahnen. Rund 100.000 Menschen sind gemeldet. Geschätzt leben hier fünfmal so viel. Hinzu kommen jährlich um die sechs Millionen Touristen. Die Folge? Auf den Straßen geht es zäh voran. Deshalb fährt Thorsten Göbel nur Auto, wenn es unbedingt sein muss. Du musst doch aufpassen, auch wenn du grün hast, weil die Tais, die fahren auch hier alle bei Rot. Kinder hatten eine richtige Versicherung, also jedenfalls bei den Tais ist das jetzt im größten Teil so. Und die fahren zwar alle ein bisschen verrückt, aber irgendwo passen sie dann doch auf, dass sie auch keinen Unfall haben. Neben Torti sitzt sein neuer Kneipennachbar Roman Vörkel. Beide müssen was besorgen. Wir fahren jetzt in den Makromarkt. Das ist wie in Deutschland die Metro. Und da kriegt man dann eben, wie gesagt, größere Sachen, zum Beispiel jetzt für meine Massage. Größere Pakete Waschpulver, 20, 25 Kilotüten und 30 Liter Weichspüler. Und das kriegst du eben dem normalen Geschäft nicht. Früher war Torti Lkw-Fahrer, Chef einer Olivenplantage und, nun ja, im Rotlichtgeschäft tätig. Aber erst Thailand ließ ihn zur Ruhe kommen. Vom Wetter, vom Preis, vom Essen, denke ich, ist man nirgendwo besser aufgehoben wie ein Padilla. Wirst du nirgendwo auf der Welt dasselbe haben. Wie gesagt, da ist der Preis auch entscheidend. Jetzt holen wir den leckeren Rotwein. Willst du auch einen? Ja. So. So, jetzt brauchen wir Waschpulver. Weichspüler. 20 Liter. Weichspüler. Wir waschen die Handschücher selber, ne? Du hast ein Handtuch für das Kopfkissen, du hast ein Handtuch, wo du drauflegst, du hast ein Handtuch zum Duschen. Da kommen eine ganze Menge Handtücher zusammen, die du am Tag waschen musst, ne? Torti. Einst Macker, Schowi, harter Mann, jetzt Profi im Fach Hauswirtschaft. Kneipennachbar Roman braucht noch Hackfleisch. Aus dem will er Buletten machen für Tortis Stammgäste. So haben beide was davon, wenn's voll wird heute Abend. Weite Ausflüge macht Thorsten selten. Da kann man schon mal die Orientierung verlieren. Ich hab vergessen, wo wir geparkt haben. Da haben wir's mal drin. Wer in Pattaya Geld verdienen will, der muss Ideen haben. Und fest daran glauben, dass sie zünden. Gleich sehen die Brüder Köhler, was aus ihrer neuesten Idee geworden ist. Oh ja, wieso ist denn der feucht? Nee, ich fasse da nicht. Okay. Wieso ist denn der nass? Die Baufirma von Gerrit und Mike floriert zwar, aber beide wollen nochmal groß rauskommen. Millionen verdienen mit einem Kraut, das aussieht wie Marihuana, aber ganz legal ist und wahre Wunder wirken soll. Das ist also sehr gut gegen, sagen wir mal, Gicht, Leute, die Gicht haben. Das ist eine Moringa-Seife, eine Gesichtsseife mit Gold-Kolligen. Die macht die Haut sehr rein im Gesicht, beseitigt kleine Pickel. Wir haben einige Sachen schon gemacht. Angefangen haben wir mit der Maklerei, als wir ganz frisch gekommen sind vor den 16 Jahren. Dann sind wir dadurch in diese Bauarie reingeraten. Alles, was grün ist, sage ich mal, in der heutigen Zeit, das ist rund um die Welt überall am Kommen. Wir glauben dran. Wir glauben dran an diese Sache und wir sind halt so, an das, wo wir dran glauben, das versuchen wir auch durchzuziehen. So, lass uns das mal hier unten herstellen. 15.000 Euro haben sie schon investiert. Doch bis die Behörden den Vertrieb absegnen, müssen sie ihre Produkte leider zwischenlagern. Scheiße. Mann, ganz toll, wirklich. Immerhin, die Köhler-Brüder haben eine Arbeitserlaubnis. Die hat Thorsten Göbel nicht. Deshalb muss er andere für sich schuften lassen. So will es das Gesetz. Dass Torti in gewisser Weise sehr entgegenkommt. Denn abends, wenn deutsche Touristen und Auswanderer zum Schlummertrunk vorbeischauen, kann er sich ihnen in voller Gänze widmen und sich bedienen lassen. Nachbar Roman aus der Schweiz will seine neue Kneipe nach dem gleichen Prinzip zum Erfolg führen. So, das ist mein Laden. Da zeige ich eben Fußball, so wie Formel 1 live. Ab 16 Uhr öffnen wir die Bar. Und ist eigentlich bis 2 Uhr mindestens geöffnet. Aber je nach Leuten, also wenn ich es auch noch Leute habe, dann 3, 4 Uhr. Morgens um 3 liegt Horti von nebenan schon längst im Bett. Schließlich ist er jetzt Vater, hat seine wilden Jahre abgestreift und sich ein kleines Imperium aufgebaut. Ja, hier sind wir jetzt im Mopedverleih. Das ist genau neben der Massage. Das ist arbeitstechnisch natürlich sehr günstig. Und wir haben jetzt 35 Maschinen. Ich habe mit 6 Mopels angefangen. Jedes Jahr, wenn was übrig war, habe ich immer neue Mopels dazugekauft vom Gewinn. Ich habe gar keinen Job mehr. Nur noch da sein. Begon hat alles mit einem Massagestudio. Neun Damen marschieren darin immer noch alles Mögliche. So, hier haben wir die Nock. Arbeitet seit 12 Jahren bei mir. Früher hat sie selber massiert. Jetzt ist sie Kassiererin, verleiht Mopeds, macht eigentlich die Einkäufe, Bestellungen, Abrechnungen. Hier oben in der ersten Etage haben wir 6 Räume. Hier kriegst du im Prinzip Ölmassage, Teilmassage, Creme-Massage. Was die Frauen hier oben anstellen, kann ich nichts zu sagen, möchte ich mir nichts zu sagen. Auch ein kräftiger Schauer bringt Horti nicht aus der Ruhe. Das Schöne, warm ist es allemal und der Regen hört meist nach kurzer Zeit wieder auf. Und falls nicht, morgen scheint wieder die Sonne und dann ist die Kundschaft wieder da. Wenn es mal einen Tag regnet, letztlich sind wir ja nicht gleich ruiniert. Das hast du ja in Deutschland auch. Einen Tag hast du mal kein Geschäft und wenn du einen Biergarten hast in München und es regnet, hast du ja jeden Tag auch kein Geld. Das ist ja auch nicht ruiniert. Nicht so schlimm ist es nicht. Roman von nebenan ist optimistisch. Heute bekommt seine Kneipe einen Namen. Es wird Buletten geben und aufhören zu regnen. Die Gäste werden kommen. Zu lang und viel Bier trinken. Ganz bestimmt. Ding Dong heißt auf Teil verrückt. Und Ding Dong kann man auch als Schweizer, Deutscher verstehen oder Österreicher. Ich bin ja ein bisschen verrückt und darum passt das sehr gut. Verrückte junge Leute werden wohl kaum da sein. In dieser Ecke treffen sich die älteren Semester. Mit thailändischer Partnerin. Oder auf der Suche nach einer. Es geht ja in Deutschland schon los, selbst wenn du 50 bist. Wo willst du denn irgendwie was frauenmäßig? Und hier kümmern sich die Frauen auch noch um 50-Jährigen. Wie gesagt, es gibt hier nicht unbedingt Liebe, es gibt Sympathie. Wenn du 70 bist und bist einigermaßen normal, dann hast du mit 70 hier noch eine Frau, die 20 oder 30 ist. Aber da geht es doch wohl in erster Linie ums Geld, oder? Ja, natürlich. Darum sage ich jetzt, es gibt ja keine Liebe, es gibt Sympathie. Aber du kannst auch in Deutschland Geld haben. Wenn du 70 bist, hast du es trotzdem schwer. Oder wenn du jetzt so bist, ein bisschen... Da kann man auch nicht alles mit Geld wegmachen. Wo ist die Sonne? Da oben. Siehst du? Auch in Pattaya lässt sich nicht alles mit Geld regeln. Wenn der Altersunterschied zu groß ist und die thailändische Partnerin selbst noch ein halbes Kind, das ein Kind bekommt, dann dreht sich die Welt andersrum. Gastwirt Peter Wolfram ist verlassen worden. Er hat um seine kleine Jenny gekämpft. Und denkt jetzt an deren Zukunft. Mein Kind ist selbst noch zu jung. Ich denke auch manchmal daran, vielleicht gehe ich doch wieder irgendwann zurück. Früher hätte ich gesagt, ich gehe nie mehr zurück. Jetzt denke ich manchmal doch, man wird älter. Dann kommen die Wehwehchen, da ist dies, da ist das. Dann denkt man, von der Schule her, von der Entwicklung her, wäre es für das Kind vielleicht doch besser, wieder nach Deutschland zu gehen. Aber im Moment bin ich noch nicht gewillt. Sie ist erst dreieinhalb Jahre, ich habe ein bisschen Zeit auch noch. Vorerst ist Jenny meist bei ihrem Papa. Die Mutter ist damit einverstanden, kann Jenny sehen, so oft sie will. Aber lebt ihr eigenes Leben. Und Peter ist nicht mehr auf Brautschau, ist nur noch für Jenny da. Und für seine Gäste. Hallo, Abend. Da war die. Helmut, du alter Haudegen. Der einzige Mensch, der hier ständig arbeitet. Du und du, ne? Mit 80 bist du immer noch. Ordentlich zugange. 83. 83. Es gibt auch unverbessertige Optimisten, wie Helmut aus Essen. Ich war schon viermal verheiratet mit einer schönen Kai. Eine ist verstorben und die anderen waren auf einmal nicht mehr da. Wenn man immer Pech hatte mit netten Mädchen, jetzt bin ich schon wieder zwölf Jahre verheiratet, schon wieder von der Fahne, jetzt plane ich noch mal zu heiraten. Viel. Da muss ich gucken, das ist sehr schmierig. Das ist genau wie Lotterie. Aber es wird schon gehen, ne? Das nennt man Weiberjacht. Helmut kann einfach nicht genug bekommen von den Thailänderinnen. Was reizt ihn so an den Asiatinnen? Erst mal die schönen langen schwarzen Haare, wenn sie sie nicht gefärbt haben. Und das Ganze, das sind asiatische Typen, die sind eben anders. Die Deutschen sind auch anders. Es gibt ein paar nette und ein paar schäbige. Und der Herrgott hat es ja nicht alles schön gemacht. Und der Bruder auch nicht, weil da so viele sind, ne? Da macht man schon mal einen Fehler oben, ne? Beim Petrus auch, ne? Bin schon langsam auf dem Weg. Wenigstens ein altes Motorrad ist ihm treu geblieben. Das kann Helmut auch selbst reparieren. Und behält so alles im Griff. Das Gerät ist besser wie eine Ehe-Schließung in Asien. Wieso? Weil sie so zuverlässig ist. Immer wenn ich drauf sitze, fett sich. Leicht beherrschbares Gerät. Wir haben Flughafen. Dann gehen wieder die Lichter an. Feiern, Spaß haben. Für Gesellschaft ist gesorgt. Wir laufen ja jetzt in die Walking Street ein. Und du wirst ja auch gleich sehen, wie viele verschiedene Bars es hier gibt. Und du musst halt konkurrenzfähig bleiben. Einen alten, abgelutschten Laden hast. Da kommen die Leute nicht wieder. Die wollen neue Sachen haben. So, hier sind wir in der Walking. Ich denke mal, es gibt keinen Platz in der Welt, wo so viele Nationalitäten aufeinandertreffen und es so wenig Probleme gibt. Das ist verblüffend hier in Pattaya. Wie das kommt, weiß ich nicht. Weil sie halt alle glücklich sind, die Leute, und ihr Vergnügen hier suchen. Hier kommt keiner her und versucht, Stress zu machen. Die müssen halt mit der Zeit laufen. Du brauchst ständig drinnen irgendwelche Veränderungen, Erneuerungen, ob das Lichteffekte sind, ob die Dance-Stage, die Demos ständig andere Formen bekommen, um halt mitzulaufen, dass die Kundschaft auch wieder neugierig wird. Guck mal in diese Richtung, was du da siehst. Da ist Fernsehen draußen, da blinkt was, da bewegt sich halt was. Und jetzt guck mal hier hin. Das ist tot. Da bewegt sich nichts. Es ist wichtig draußen zum Animieren, dass sich da was tut. Und dann werden die Leute auch neugierig und gucken mal rein. Neulich waren wir hier und haben euch das gezeigt, dass wir das hier aufpoliert haben. Das Edelstahl draußen. Guck mal, wie geil das aussieht. Jetzt hat das wieder richtig Licht und Wirkung. Das ist hier der Pheramon-Club. Den haben wir jetzt gerade vor 5, 6 Tagen fertiggestellt. Das ist eigentlich unser Meisterstück, was wir jetzt hierhin gebastelt haben. Es wurde viel mit Mosaik gearbeitet, mit Spiegeln. Das ist, wenn du reinkommst, es ist einfach fantastisch. In den Clubs und Go-Go-Bars gilt absolutes Film- und Fotografierverbot. Auch im Pheramon-Club. Gerrits Bautrupp ist hier ein- und ausgegangen. Also könnte die Besitzerin doch mal eine Ausnahme machen. Sie hat gesagt, dass das halt nicht gut ist für die ganzen Mädels. Und keiner weiß, was mit diesen Aufnahmen gemacht wird. Da muss man auch Verständnis zeigen. Wie oft geht Gerrit eigentlich noch aus? Also ich bin abends gar nicht mehr unterwegs. Hab meine Familie, hab meine Kinder, bin glücklich. Also die Zeiten, wo wir Rambazamba gemacht haben, die sind einfach vorbei. Man wird älter, man wird ruhiger, man wird vernünftiger vor allen Dingen. Was man ja früher alles nicht so beachtet hat. Ja, ja, so ist das halt, ne? Hello again. Du, ich müsste dich heut noch sehen. Hallo! Auswanderer reizt der Zirkus in den Bars längst nicht mehr. Die Deutschen treffen sich dort, wo sie sich wie zu Hause fühlen. Zum Beispiel bei Torti. Die Kinderfrau ist nicht gekommen. Muss er mitarbeiten. Kann ja nicht alleine lassen. Muss er durch. Der schläft nachher im Laden. Das ist kein Problem. Ihr seid ja schon wieder alle da. Alles wie immer. Und alles wieder heim im Stammlokal. Nur, hier kann man draußen sitzen. Es ist warm. Und Romans Buletten? Lecker. Ich bin glücklich, dass es den Leuten so schmeckt. Little Germany am anderen Ende der Welt. Von den 10.000 Auswanderern, die es nach Patea gezogen hat. Sie sind gerade imầu addiction. Und das sind super ideas.